Wenige Seiten sind so ikonisch wie diese hier. Das Loginformular ist schon ungefähr 30 Jahre alt. Trotz verbesserte Sicherheit im Netz, bleibt aber das System Passwort anfällig für Cyberangriff. Heutzutage geht es besser. Und zwar mit Multifaktor-Authentisierung. MFA und Passkeys. Accounts mit MFA oder Passkeys sind nämlich mindestens 120 Mal besser gegen Cyberattacken geschützt. Dazu kommt, Phishing-Angriffe in der Schweiz verdoppeln sich aktuell jährlich. Höchste Zeit also, dass du dich damit auseinandersetzt. In diesem Video klären wir, wie MFA und Passkeys funktionieren, wie du deine Technologie brauchst und wie die Zukunft der Passwörter aussieht. Von Passwörter zu Passkeys. Digitale Passwörter stammen aus den frühen 60ern, wo ein Computer noch einen Raum gefüllt hat und der Zugang zwischen Benutzer hat aufgeteilt werden musste. Heute wissen wir, Passwörter an sich bieten nicht den besten Schutz. Viele unter uns wählen einfache Passwörter und auch wenn sie komplex sind, bieten sie nur eine einfache Sicherheit. Fun Fact. Wenige Monate nach der Erfindung des Computerpassworts ist es schon von einem Benutzer knackt worden, für einen Computer länger zu brauchen. Aus diesem Grund ist MFA Ende 90er entwickelt worden. Mit dem Ziel, Passwörter physisch abzusichern. Zum Beispiel mit einem Badge. Das Konzept ist 2011 auf diese Form erweitert worden, wie wir sie heute kennen. Nämlich mit einem temporären Code, das zusätzlich eingegeben werden muss, um auf das Konto zuzugreifen zu können. Multifaktor-Authentisierung bedeutet, dass du den Zugriff zu deinem Account nicht nur mit einem Faktor bekommst. Zum Beispiel dein Passwort. Sondern mindestens einen weiteren Bruch. Wie zum Beispiel den Besitz einer SIM-Karte. Passkeys sind die modernste Stufe der Evolution und sind im Jahr 2021 breit eingeführt worden. Passkeys funktionieren ganz ohne Passwort und ermöglichen dir, rein mit biometrischen Daten auf deine Accounts zuzugreifen. Weil die Technologie noch relativ jung ist, wird sie erst von wenigen Plattformen unterstützt. Schauen wir uns die beiden Technologien doch mal in diesem Teil an. Wie funktionieren MFA und Passkeys? MFA kommt in drei Varianten. Nachrichten basiert, also mit einem Code via SMS oder E-Mail. Push basiert, mit einem Code direkt auf ein persönliches Gerät. Und zeitbasiert. Zeitbasierte MFA wird als die sicherste Form angesehen. Und funktioniert so. In einer Authentisierungs-App fügst du ein Code aus deinem Account zu. Aus diesem Code und der aktuellen Zeit berechnet die App alle drei Sekunden einen neuen einzigartigen Code. Willst du dich jetzt in dein Konto einloggen, hast du 30 Sekunden Zeit, um diesen Code in der App nachzuschauen und auf der Plattform einzugeben. Die Plattform berechnet auf ihren Server auch einen Code. Und wenn die beiden übereinstimmen, bist du erfolgreich eingeloggt. Das System ist im E-Banking bereits gang und gäbe. Schützt aber auch deine anderen Accounts enorm gut. Ein grosser Vorteil ist der Verzicht auf SMS und E-Mail. Und die zeitliche Beschränkung macht die Methode extrem sicher. Passkeys funktionieren hier etwas anders. Von der Plattform wird ein komplexer Schlüssel auf deinem eigenen Gerät sicher gespeichert. Beim Anmeldenversuch schickt die Plattform hintergründig eine sogenannte Challenge. Diese unterschreibst du an deinem Gerät mittels Gesichtserkennung oder Fingerabdruck mit deinem Schlüssel und schickst ihn zurück. Stimmt die Unterschrift, kannst du auf dein Konto zugreifen. Passkeys funktionieren komplett passwortlos und sind damit noch sicherer als die zeitbasierte MFAs. Zusätzlich sind sie auch benutzerfreundlicher, weil das mühsamen Code abtippen mit einem einfachen Scan ersetzt wird. Der einzige Haken, wo wir uns in der Übergangsphase zu Passkeys befinden, lässt sich Account-Passwörter bei den meisten Plattformen noch nicht löschen. Jetzt, wo du weisst, wie die Technologien funktionieren, richten wir sie doch gleich zusammen ein. Wie richten MFAs und Passkeys ein? Für MFAs brauchst du zuerst eine Authentisierungs-App auf deinem Smartphone. Zur Wahl stehen Apps wie z.B. Google und Microsoft Authenticator oder 2FAS. Pro-Tipp, schaue deinem Passwortmanager nach, ob es bereits MFA-Codes unterstützt. Apps wie Apple-Passwörter und OnePassword haben die Funktion direkt integriert. Gehe dann in die Datenschutzeinstellungen von deinem Konto und suche nach dem Stichwort 2FA oder MFA. Wenn du die Option aktivierst, bekommst du ein Code, welches du in der Authentisierungs-App erfassen kannst und deinem Konto zuweisen kannst. Bei Passkeys funktioniert es noch etwas einfacher. Suche deinem Account nach dem Stichwort Passkey oder passwortloses Login. Jetzt musst du nur noch dein Gesicht oder die Finger scannen. Und schon ist die Passkey erstellt. Pro-Tipp Nummer 2 Gewisse Passkey-Anbieter wie Apple-Passwörter oder OnePassword erlauben dir sogar Passkeys sicher mit deinen Liebsten zu teilen. Das ist bei Familie-Accounts besonders praktisch. Seien Passwörter heute überflüssig? Werden Passwörter mit diesen Neuerungen als auch bald der Vergangenheit angehören? Darüber streiten sich Experten immer. Eine vollständige Umstellung auf so einer Technologie wie Passkeys braucht Zeit. Und in der Zwischenzeit setzen die meisten Plattformen immer noch auf klassische Passwörter. Das heisst, gute Passworthygiene ist und bleibt unverzichtbar. Wähle also weiterhin starke, einzigartige Passwörter und verwalte es am besten mit einem guten Passwortmanager. Wir bei Swisscom empfehlen die MySecurity-App, die zusätzlich zum Passwortmanager ohne Funktionen wie VPN und Schutzfilter für sicheres Surfen integriert hast. Auf Swisscom Campus findest du ganz viele weitere Informationen zu Cyber Security. Mein Name ist Marcel. Bis zum nächsten Mal. Und stay safe.